Pschschsch on dass ich den Kanal auf YouTube Und heute kommen wir zum nächsten Video auf diesem Kanal und heute ohne meinen Bruder, weil mein Bruder fett für das Video ist Nein Spaß Leute, auf jeden Fall kam lange 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 keine Pranks deswegen machen wir auch heute einen Prank aber dazu auch eine Belohnung für Ken Vick Den Allerechten, deswegen werde ich heute sehr sehr gerippt Leute, deswegen Creator Code janganvick bitte den Itemshop da hört sich dasノge, weil sonst Leute mach ich Minus und dann Entweder nicht Obdachlos, mach sowas bitte nicht deswegen Creator Code janvick Denn heute zerstören wir meinen Bruders Playstation und danach holen wir ihm eine Küche, ohne ihm Bescheid zu sagen. Und dann, wenn die Küche ankommt, filmen wir seine Reaktion. Das wird halt länger dauern, deswegen kommt das Video auch etwas später, denke ich mal. Und dann werdet ihr sehen, wie er reagiert, aber zuerst müssen wir seine Playstation zerstören. Leute, kleines Problem, Playstation wird noch nicht kaputt gemacht, weil PS5 momentan sehr stark ausverkauft. Und wenn ich kaputt mache, mein Bruder kein FIFA, weil mein Bruder kein FIFA sehr verstört und aggressiv, deswegen zerstören wir nur sein Handy. Das werfen wir einfach hier gleich aus dem Fenster oder was weiß ich. Wir machen das auf jeden Fall, dass mein Bruder das mitbekommt. Das wird dann hoffentlich kaputt gehen und dann kaufen wir ihn die Küche als Überraschung. So, dann noch mal kleine Pause dazwischen. Ich habe sein Handy immer noch nicht gefunden, ich hoffe, ich finde es gleich. Ich werde auf jeden Fall auch schon mal die Kamera platzieren, sein Handy neben dem Wicke hinrufen und dann wird seine Reaktion gefilmt. Ölüm, du bist zerstört, Abelan, wenn du das Video siehst, du bist zerstört, Ölüm. So, Leute, wir haben mein Bruder... Oh, nee, das ist meins, so. Auf jeden Fall, wir müssen leiser reden. Wir haben mein Bruder das Handy hier gefunden, da ist es drin. Auf jeden Fall platzieren wir jetzt die Kamera, so dass man alles sieht. Ich bin fast hingefallen, egal, das habt ihr nicht gesehen. Und man schweiß, dass ich schon da raus bin, damit mein Bruder das Handy lebt. Ich würde platzieren, die mal schauen, ich hoffe, ob es hier geht. Hä? Leute! Der ruft gerade sein eigenes Handy an, ist der Lust? Der hat sich selber als... Warum spricht man sich selber ein... Hey? Er hat sich selber als Jellmann. Eigentlich spricht man fast ein Idiot. Egal, was. Der sucht gerade sein Handy, das heißt, wir müssen schnell machen, er wird safe gleich hin. Komm, shit, shit. Warte, mach mal. Ruh da weg und dann sollte man schon eigentlich alles erkennen. Ein paar Sekunden später. Hä? John? Hä? Wer ist der beste Bruder, hä? Hä, wer ist der beste Bruder? John, was sagst du? Wer ist der beste Bruder? Hast du mein Handy gesehen? Ja? John. Nenn mich John Wick-Olym. John, das ist nicht lustig. John Wick-Olym. Sag, John Wick-Olym. Sag, ist das mein Handy? John. Warum hast du mein Handy? Da, wo ist die Kamera? Ich schwöre, du filmst. John, wer... Leute. Äh... Haha, Prank! So, Abi. Nenn mich John. John Wick ist mit meinem Handy, da sind die ganzen Daten noch, oder? Sag, zu. Sag, zu. Süh. Sag, John Wick ist der krasseste. John Wick ist der krasseste. No, weißt du, das will nicht. Süh! John, bist du behindert, weil du sagst, da hast du deine ganzen Daten drauf, ja? Süh! Na, Abi, tschüss, tschüss. Ja, hier, hier, dann darfst du dir geschenkt. Süh, Junge. Süh! Süh! Shit. Shit, Leute, das ist auf diesem Teil gelandet, Mann. Hier drin. Darauf ist es nass. Und? Geht noch? Sieht man das? Was du gemacht hast? Nein, die... Mach mal. Geht das noch an? Ja. Scheiße! John, du hast mein ganzes Display zerstört, das funktioniert... Warum machst du das? Oh, sei mal Glück, schon, dass du dich kaputt bist. Ja, wir machen keine Pranks mehr. John, ich hab gedacht, wir machen keine Pranks mehr. Gib mal kurz, dass er nicht irgendwo ist. Nein. Nein, ich schwöre, du wirst das so wiederbekommen, oder? Ja, Abi, ab. Gib mal Hilfe. Gibt eine Wiedergutmachung? So, Eino. Warten, das ist... Ich zerstöre Bruders iPhone 11 und kaufe ihm 13... Gibt's schon 13? Ohlom! Und kaufe ihm 12 pro Max. Ohlom, hoffen wir nicht. Weiß, weil iPhone 13 mit dem Kratzer ist, kannst du das so wegwischen, irgendwie, ne? John, halt, es ist mal, Alter. Wenn ich kein iPhone 12 oder 13 gleich bekomme, ne? Warte, du wirst das sowas schon... Leute, wir müssen noch einen Prank machen, das war ein Fail, ja? Was für Fail, die German Displays kaputt sind? Ohlom, wenn wir juckt, das Handy soll kaputt sein. Nein, das kostet zum Glück nur 150 Euro Euro, aber trotzdem. Ja, deswegen, ja. Du wirst noch mal geprankt, warte ab. Leute, wir haben eigentlich gesagt, wir machen keine Pranks, man. Aber das wirst du sowas von fett wiederbekommen. Aber die Leute wollen pranken. Wenn ich kein iPhone 13 bekomme oder sowas, ne? Warte ab, was passiert. Du kriegst den iPhone 13. Ich schwöre, du kriegst den, das hofft man nicht. Du musst mehr eins holen. Wo ist der iPhone 13? Ich hab nur iPhone... Was hab ich für ein iPhone? Ich hab iPhone 11, glaube ich, ja? Hol mir iPhone 13. Guck mal, mein Display ist auch kaputt, mich interessiert nicht. Shit. Leute, da war Vokabeltest drauf, wo ich noch gespickt habe. So, Leute, auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Wohnung. Oh, mein Bruder, mein Bruder ist weg. Guck. Jim Wick, oh, ähm. Guck, der hört mich nicht. Jim Wick! Ich hoffe, der hört mich nicht. Ja, wir gehen jetzt in die Wohnung, bestellen dann da. Die Küche, das wird so ein paar Tage. Wenn wir Pech haben, eine Woche dauern. Aber dann filmen wir auf jeden Fall wieder erneut. Mein Bruder hat das eh nicht checken, weil die kommt ja erst dann an. Und dann wird der es vielleicht checken. Wenn der vor mir da ist, wird der wahrscheinlich nicht. Weil ich hab ja auch diese ganzen Teile. Ich weiß nicht, wie man das ankommt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein, bestellen das. Und dann sehen wir uns in der Wohnung. Tschüss. Sag mal, Leute, wir sind jetzt in der Wohnung mit dem Bruder King Wick. Komm, wir machen jetzt mal Schraubflöger kaputt, mein Spaß. Das ist auf jeden Fall ein Streaming-Setup, Leute. Mein Bruder macht Daily-Videos auf Jam Patron. Könnt ihr gerne abchecken. Link in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. Ja, macht auch sehr oft Streams. Also, falls ihr Streaming mögt, könnt ihr auch da vorbeischauen. Oder bei mir Wickbrothers, oder ich bin auch krass. Merkt euch das. So, Leute, das ist auf jeden Fall das Zimmer, wo mein Bruder eigentlich die Küche hatte. Aber wie ihr seht, es sind hier so Stromteile. Das braucht man halt natürlich für eine Küche. Und ja, also wir bestellen das jetzt auch auf jeden Fall. Das kommt dann. Also ich baue das natürlich nicht daran. Das soll mein Bruder dann selber machen. Man hat ihm das gut, hat der Pech. Wenn die Teile angekommen sind, fällt mich das natürlich. Ich hoffe, also er war erst, weil mein Bruder natürlich dabei ist. Ich hoffe, der freut sich dann. Er wollte ein iPhone 13. Ich glaube, eine Küche, die das 4-5-fache wert ist, ist viel besser als ein iPhone 13. Deswegen Creator Coach Anmik, sonst werde ich zu auseinandergenommen mit dem Video. Und ja, auf jeden Fall bestellen wir jetzt die Küche mit meinem Vater zusammen. Ich bin ja noch nicht vollgeregt, deswegen darf ich die auch nicht holen. Sicher ist sicher. Wir holen die mit meinem Vater zusammen. Und dann filmen wir uns, wenn wir wieder zu Hause sind. Ciao. So, Leute, die Küche im Wert von 8.000 Euro ist jetzt bestellt. Ich wurde motherfucking gerippt. Deswegen Creator Coach Anmik, bitte, Leute. Ich werde Obst genommen. Egal, ist nicht schlimm. Montere habe ich dazu natürlich auch bestellt, weil mein Bruder der Arme an. Ich nehme den sonst Hops. Und ja, dann würde ich schon sagen, wenn uns auf jeden Fall, wenn die Küche da ist, ich informiere euch schon das, schminkt. Ihr werdet auf jeden Fall sehen und haut rein. So, Leute, das ist jetzt länger gebraucht, als ich gedacht habe. Also so circa eine Woche. Die Montere haben uns auch schon alles dran gemacht und so. Auf jeden Fall, das hier ist die Küche, Leute. Die ist halt die erste Kategorie so eine Woche gedauert und ja, der, guck mal, hier ist ein Ofen. Was soll ich jetzt hier sonderlich zeigen? Also hier ganz normalen Ofen, Spülmaschine, glaube ich, nennt man das ja. Mikrowelle. Einfach ein paar Schränke. Und nicht sonderlich drin. Das Geile bei den Schränken ist, du drückst sie nicht zu, du lässt sie sozusagen so fallen und die machen halt dann auch keinen Sound. Seht ihr? Und hier ist halt der Kühlschrank. Wir können den mal öffnen. Da ist halt auch schon ein Funter-Umzweck mit Pulderen. Ähm, ja. Ich glaube, was ist hier oben und das glaube ich nicht. Ah, Gefrierfach. Und was ist hier? sonst ist das der Rest nur Schränke. Kein, wie man das nennt. Das gehört ja mit dem Ofen mit zu dem Herd und so. Ja, und das ist wahrs. Eigentlich auch schon. Mein Bruder musste auch gleich schon kommen. So in 10, 15, 20 Minuten. Wir stellen die Kamera glaube ich einfach irgendwo hier so auf, filmen. So eine Reaktion. Und ich hoffe, die ist sick, weil ich konnte jetzt voll überrascht sein, weil so hier war vorher nichts. Okay, wir sind uns gleich. Was geht denn? Ähm, wir filmen uns jetzt einfach die ganze Zeit, dass mein Bruder kommt und ja, ich hoffe, der müsste halt jetzt in den Moment kommen. Hallo? Ja? Jan, woher hast du? Jan, warum bist du in der Kamera? Äh, Jan, weg. Ich habe den iPhone X geholt. Das ist schon immer eine Woche her, ne? iPhone 3, oder? Was war iPhone 13, Oder was sagst du hier? Geh da rein und du siehst dein iPhone 13. Warte, warte, warte. Du sagst doch, geh da rein. Ja, iPhone 13. Warum nicht so eine Softbox hier, gerade nur eine Softbox, ne? Du hast ein iPhone 13. Da hat mir einen Scheiß da hergelegt. Was? iPhone 13, oder? Was? Niemals. Ey, du wolltest doch ein iPhone 13, oder nicht? Hä? Was? Ist das gut? Jan, niemals. Jan, weg. Öl, nun. Ich komme manchmal hin und die haben einfach nichts zu essen. Was soll ich denn hier essen? Es sind meine Getränke, lass den mal in Ruhe. Jetzt könnt ja auch. Jetzt könnt ihr da auch, was Vernünftiges zu essen und dann könnten wir hier auch mal zum Essen machen. Ich glaube das gerade ist. Warum? Weil erstens so was ist brutal teuer, in der Küche. Normal, Oder um von deinem Konto abgezogen. Nein. Hast du schon mal mein Konto? Sag ich dir nicht. Musst du selber gucken. Backofen. Backofen, in der Spülmaschine. alles ja du meinst du jetzt ein von 13 ich dachte so abgeräte ich auf jeden fall also nicht fünfstellig aber kurzer fünfstellig ja sie geht aus na ich bin viel zu müde um mich gerade zu freuen was ich hier ja was und so geht aber noch nicht mehr ich bin viel zu müde um mich gerade zu freuen ab ich weiß aber kam es ist eine wasser geht und ich hoffe das muss du selber machen da hast du pech jenwick was muss auf jeden fall selber machen das war es auf jeden fall mit dem video auf jeden fall werdet ihr vielleicht auch spätere videos mal mehr von dieser küche sehen nicht dass jetzt denkt dass wir in einer fake wohnung sind oder so ne also ich glaube also ihr werdet auf jeden fall mehr von der küche sehen damit ihr wirklich seht dass es real ist mein bruder hat auf jeden Fall eine fette küche bekommen und dafür krieg ich später eine ne genau tschau tschau